so hallöchen und herzlich willkommen zurück zu let's play spongebob schwarzen kopf und die schlachten wir gegen botchen ist unser blöden stein tiki aber wo ist der ich habe noch nicht alle drei tiki gefunden ist der krebs ich bin mir sicher dass du sie finden wirst aber zeit ist geld also hör auf mein geld zu verschwenden ich hätte mir am anfang ankommen sollen wo die sind denn jetzt haben wir den salat und ich habe keine ahnung wo wir hin müssen ich weiß um haben wir den jetzt ich weiß von da oben haben wir den jetzt aber es ist die frage wo ist denn der letzte wo ist dieser verdammte stein tiki muss ja irgendwo sein aber wir können natürlich spongebob nehmen und den suchen dieser komischen kanone da hier ist keiner hier ist da ist auch keiner ich dachte schon da wäre wir können ja trotzdem hat die weg noch so august und er ist schon spaß hilfe dann war ja anscheinend auch keine da waren wir überall hier dürfte endlich keiner mehr sein mal weiß das moment war da war und was da oben aber da hin es war eigentlich soll denn da unten ist irgendwas was soll denn hin das ist mal wirklich ich hoffe ich stelle mich jetzt nicht irgendwie umsonst blöd an vielleicht oder steht ja irgendwie das teil total offensichtlich um weiß achten sind nach ja nicht ich weiß aber irgendwie müssen wir ja was finden das ist also kurzer einstehen zeiten wo war ich denn gerade hingeflogen da war doch der stein tiki wo war da denn macht dieser bescheuere stein tiki hier ach gott da hinten hier soll ich jetzt rüber danke für den sound bug spiel das passt perfekt heißt das ich muss jetzt beim ersten mal das schaffen weiß dass diese gott ok nein 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 mein herz rast gerade überhaupt nicht nein es ist da so eine scheiß qualle ich will ja weg bislang sind wir ja wenigstens hier aber jetzt darf nichts mehr schief gehen auf deutsch zu sagen um es auf deutsch zu sagen mein gott das hat aber auch überhaupt nicht gesehen so scheiß stein tiki das heißt da muss jetzt darüber das sind geschossen weil irgendwas kaputt gegangen ist dieser blöde team ist jetzt irgendwie darüber ich kann doch nicht darüber schießen hätte in die kiste rein schießen das dachte ich ja eigentlich erst aber irgendwie gibt's nicht kaputt ja herr überspringen überspringen keine wirklich mit dem so ich kann jetzt nicht hier rüber das heißt es muss ja irgendwie so gehen so geht's aber nicht wie soll ich denn den jetzt darüber spielen spiel hallo sagt mir was ich soll es denn machen ich meine christine schachtel ja schön aber ich kann ja nicht in die schachtel ein wieder kaputt wie soll ich denn das mal sagen kann ich mit dem springen stein tiki ich habe noch nie gemocht da freue ich mich dass ich den blöden tiki finde und dann geht es aber nicht was soll denn das ich kann ja nicht rein wenn ich einfach da rein könnte aber es geht doch nicht okay also ich will jetzt darüber zu kriegen ich habe keine ahnung wie keine ahnung ob das überhaupt funktionieren kann probiere es jetzt einfach den darüber zu backen irgendwie muss es ja gehen so schmalig vielleicht muss ich dir auch einfach direkter darüber schmeißen vielleicht vielleicht geht das ja wenn wir das spiel ist und platin still dann kann das ja heißen hier mach mal man weiß es ja nicht was das jetzt heißen soll ich weiß bloß dass das verdammt blöd das spiel wirklich verdammt blöd das spiel da hin da schließe ich ja an die kante ran versuch das jetzt irgendwie aber auch funktioniert funktionieren kann ja zweitens so kommt das scheiß teil wieder zurück wie soll ich denn das machen ich meine das ist ja sehr schön dass ich hier die möglichkeit habe ständig zu holen aber gibt es ja eine zweite möglichkeit so kann es doch nicht geben so wenn die anträge setzt weg sind dann ist das ein kleines bisschen bildspiel aber nicht viel aber so ein kleines bisschen wer schon die sache steintiges hinweg oder der setzt funktioniert hätte ich weiß es nicht also wirklich nicht keine ahnung ich habe keine ahnung weil wir haben alle drei gefunden ich habe alle steigen drei steins gefunden entschuldigung ich bin ich habe alle gefunden ich habe das nicht hin das ist das problem geht nicht das nicht geht geht es nicht okay was machen wir jetzt gute frage gute frage wir haben jetzt die ganze folge versucht irgendwie was sind sie gekommen okay ich würde sagen ich beende erst mal die folge und jetzt habe ich einen whatsapp ich schau mal was ich mache also so kann es ja nicht gehen wir haben alles gefunden offiziell offiziell haben wir alles gefunden und ich schaue jetzt mal wie wir hier weiter kommen okay bis zur nächsten folge tschümetö haut rein und macht euch noch einen schönen tag aufiziell